So, aus irgendwelchen Gründen ist der Jahrmarkt wieder hier. Obwohl der eigentlich erst in einem Monat da sein sollte. Ist er jetzt schon da. Aber... Wir wollen den Wind nehmen. Deswegen ist der so ein Wald von Elven, wir sind ein Hordler. Da gibt's aber einen Trick. Ihr wollt ja hier vorne hin zu dem Buff. Der ist da. Ich hab jetzt meinen hier... Movement Speed an. Da ist ein Typ. Wir müssen mit dem NPC reden, wo alle Leichen sind. Right? Und dann gucken wir gleich mal. Ich nehm ein Schild. Obwohl nehmen wir das Schild. Die sind schon hart, aber ich hätte ne FAB mitnehmen sollen. Ich hab keine FAB dabei. Ich schaff, das kriegen wir hin. So wie ich's vorhab. Na ja, es wird hart gedefft. Guck mal, seht ihr, wie die alle rumrennen, die Lümmel? Na ja, wir wollen das durchziehen. Let's try. Wir dürfen nicht sterben. Wir müssen den Buff nehmen und dann überleben. Wenn wir jetzt sterben, ja, bevor wir den Buff genommen haben, ist nicht so schlimm. Dann retten wir uns auf dem Ding. Äh, Rang 2, Rang 3, weiß ich nicht. Ich würde mir das Addon Rang herunterladen. Ich muss kurz warten auf Dings. Das ist nämlich der Warsong in Beiträg. Aber, er kommt nicht. Und ich hab mich echt als Wichtel verkleidet, damit man nicht weiß, wie ich ein Hordler bin. Jetzt. Jetzt haben wir einen Invite. Eine Minute lang. Jetzt versuchen wir schnell, den Buff hier zu holen. Und geht rein. Und hoffentlich haben wir überlebt. Und haben überlebt. Sind raus mit dem Buff, wurden super angegriffen. Sind im BG und jetzt gehen wir aus dem BG raus. Mach Slash afkar. Zack. Und der Buff ist immer noch drauf. Jetzt können wir mal hier Chrono wiederherstellen. Chrono wieder einpacken. Und dann haben wir den 10% Damage Bass aus dem DMF gespeichert. Und sind automatisch wieder in Donnerfels.